Wir möchten uns noch mal ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid und auch, dass ihr uns unterstützt habt in unserer Facebook-Seite, wo ja total oft dazwischen geschossen wurde von irgendwelchen Nazis, Trolls, Rassistinnen, wie auch immer man sie nennen möchte. Deswegen umso besser, dass ihr alle da seid. Wir haben jetzt keine Redebeiträge mehr vorbereitet, aber wir möchten euch ganz herzlich einladen. Nächsten Mittwoch ab 17 Uhr ist hier die nächste BVV-Versammlung. Das ist eine öffentliche Veranstaltung. Schuhzeiten! Wie bitte? Schuhzeiten! Oh, ihr natürlich alle herzlich eingeladen seid. Wir sind hier, wir sind laut und wir werden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt und wir uns gemeinsam das Wort des Bürgermeisters anhören können, was immer zu Beginn jeder BVV verkündet wird. Und wir werden mal sehen, ob er dann die Sachen auch wiederholt, die er in die ganze Welt hinausfällt und ob er dann bereit ist, sich einer Diskussion auf Augenhöhe zu stellen. Gut, vielen Dank! 17 Uhr Vielen Dank! Vielen Dank.